Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu, äh, ja, Zed. Hat ja lang genug gedauert, endlich bin ich wieder dabei und jetzt, äh, Panik, wochenlang, äh, nicht mehr gespielt. Warte mal, da ist einer. Da könnte auch gleich der Panzer hin. Äh, das wird, äh, monatelang nicht mehr gespielt. Das geht doch in die Hose. Äh, so, macht was ich euch sage. Was ist hier los? Warum nimmt das keiner ein? Ah, nein, nicht du, die Psychos. Das ist doch alles Kacke. Es läuft doch genauso, wie es soll, nämlich gar nicht. Oh, 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 gegen die Laser. Die habt ihr geschafft, hier, schnell da, helfen, helfen. Nicht so rumdrödeln, äh, trödeln, sondern angreifen, danke. Da rüber. Und ihr, was, was, oh, oh, Panzer, fiese Panzer. Fiese Roboter. Geht da weg, da sind Krokodile im Wasser, die fressen euch auf. Kämpfer. Was? Ach oben. Feierabend. Macht ihn fertig. Mann, das ist ein Medium, macht ihn. Danke. Fahrzeug, klingt auch gut. Jeep. Oh, noch ein Medium, na, klasse. Und der Leichte fährt natürlich vor, Mut zur Lücke, nenne ich das. Genau, Medium, du machst das, du machst das, ich glaube an dich. Feuer, triff, triff, nein. Scharfschützen, okay. Ähm, den schafft ihr. Wo kommt ihr jetzt her? Ach so, oh, da, im Hauptquartier muss noch umgestellt werden. Ach so, da sind wir hier im Wasser. Macht sie platt. Sollen sie doch baden gehen, sollen sie mit... Oh, ein einzelner einsamer Krieger. Nööööö. Aber personelle Überlegenheit ist erstmal hier, zumindest auf der linken Seite, ein bisschen gegeben. Nein, da kommt ein Panzer. Ich glaube an euch, Leute. Macht erst die Schützen fertig. Jetzt schießt. Verdammt. So, Panzer ist leer, jetzt macht die Schützen fertig. Ihr sollt hier keine Pause machen. Boah, ihr habt doch alle einen an der Klatsche hier. Was soll der Scheiß? Ihr sollt kämpfen. Oh, wir haben einen leichten Panzer. Wir brauchen vier Minuten für den nächsten leichten Panzer. Verdammt. So viel Zeit habe ich nicht. Ja, natürlich haben die den Jeep jetzt eingenommen. So, was sagt der leichte Panzer? Jawohl. Die Welt geht gleich unter, sagt der leichte Panzer. Der Medium? Ah, nee, ist gar kein Medium. Ist auch nur leichter. Ein Traum. Äh, da ist der Medium. Leichter Panzer, leichter Panzer, leichter Panzer. Du schaffst das. Ja, haut schon ab, der Medium. Ja, den kriegst du. Da kommt noch einer. Äh, 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 äh. Ja. Mut zur Lücke nenne ich das. Mut zur Lücke. Jawohl. Aber man muss positiv denken. Ja, die Schützen wären doch jetzt sowieso. Erstatte Meldung. Und los geht's. Dass das nicht klappt, war klar. So ist brav. Braver Scharfschütze. Braver. No. Und der Nächste, bitte. Erstatte Meldung. Höhö, das war klar. Was kommt da noch? Laser, oder was? Laser? Ja, Laser, ne? Oder waren Pyros auch zu viert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr Einzelkämpfer, mal bitte hier doch euch nach da verziehen. Kämpft ihr hier bitte vernünftig? Hört ihr bitte auf zu verlieren? Kein Problem. Jawohl. Hä? Ein bisschen Konzentration, Leute. Ein bisschen. Jawohl. Das weiß ich. Wir greifen an. Rums. Oh. Jawohl. Jawohl. Los, ihr schafft das. Cool. Sie sind zerstört. Pyros. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hört auf. Lasst mich in Ruhe. Ja, ist ja gut. Ihr Fohlen angegriffen. Konzentration, Harley. Konzentration. Es kann nur besser werden. Da kommt noch mehr. Ja, ja. Wieder. Das wird was. Das wird was. Krr, krr, krr. So, erst mal ihr. Ab nach da. Ende und aus. Der Panzer ist der einzige, der nach hier fährt. Wir marschieren los. Dann könnt ihr theoretisch nach da erstmal laufen. Kein Problem. Und Spektor unter Kontrolle. Los, ihr Laser. Ihr schafft das. Jawohl. So, die Schützen gehen mit nach oben. Und ihr alle kollektiv weiter nach da, bitte. Außer die Psychos. Die Psychos können auch noch hier gehen. So. Es läuft auf alle Fälle bisher offiziell besser wie beim letzten Mal. Und die Psychos. Ja, ihr schnappt euch das. Dann klappt das schon. Warum ist der Gegner nicht immer schneller, wenn es darum geht? Jawohl. Auf sie mit Gebrü... Hier, Lasereinheit. Und los geht's. Los. Geschütz erbeutet. Und der nächste Bicht. Hier, Lasereinheit. Hier, mach hier los. Ich hab einen Panzer. Sektor unter Kontrolle. Fahrzeug erstatte Meldung. Ich hab einen Panzer. Erstatte Meldung. Scheiße, ich hab keinen Panzer mehr. Äh. Wenn du diese Psychos nicht ausgeschaltet kriegst, du demnicher Jeep. Dann kriegst du aber links und rechts einen rüber. Du triffst gar nicht. Der hat die ganze Zeit vorbeigeschossen. Was soll der Scheiß? Jetzt schießt der Jeep hier die ganze Zeit gegen das Gebäude. Jetzt aber. Marschbefehl bestätigt. Erstatte Meldung. Krieger, abbruchen. Wir brauchen die Kämpfer. Alt, warum bleibt ihr hier unten stehen und während da oben gekämpft wird? Das ist doch nicht normal. Jetzt ist aber Feierabend. Hier ist doch... Ach. Und welcher Sektor habt ihr jetzt verloren? Warum? Verdammt. Was soll der Scheiß? Hilfe, Hilfe. Hilfe. Kriegereinheit. Los, nimm uns auch schnell ein. Auf. Ja, dass du nicht kämpfen willst, das sehe ich. Du verdammte... Du feige Sau. Ja, nee, Jeep. Ist klar. Du machst den ganzen Medium-Panzer fertig. Dafür kriegst du jetzt aber links und rechts einen rüber. In Ordnung. Jawohl. Auf Sie mit Gebrüll. Wenn... Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt dieser leichte Panzer auch noch verloren hätte, ne? Dann falle ich hier vom Glauben ab. Du musst aber jetzt auch hier bleiben. Wird erledigt. Ihr sollt da nicht hinlaufen, ihr sollt schießen. Noch ein Medium. Wo kommen die alle her, verdammt? Mut zur Lücke nenne ich das. So, und jetzt mal hier unten gucken. Was ist hier los? Das ist das Übliche, ne? Die Niederlage. Und tschüss. Wir kennen das, ja. Ja, aber den macht ihr auch noch platt. Medium. Hier kommt die Gegenoffensive des Feindes. Da können wir einfach mal unser Medium opfern. Das hat ja auch keinen Zweck mehr. Und unser leichter Panzer. Ich weiß nicht, was wir mit dir jetzt machen sollen. Und nein, du musst auch noch die hier wegbrezeln. Ach so, viel Arbeit, ne? Armer Panzer. Hinterher. Schneller. Erstatte Meldung. Wir liegen unter Beschäftigung. Wer? Ach, der hier unten? No. Hattest du keine Chance gegen den Medium-Panzer? Aber der ist gut angeschlagen. Er ändert zwar nichts am Endergebnis. Los. Defensive. 2 zu 21. Wir haben voll die Chance hier. Ah, ich habe das früher mal geschafft, die Karte. Das weiß ich noch. Wie lange das her ist? Äh, Jahre. Ich weiß nur, dass es halt möglich ist. Los, komm. Den Panzer schaffst du auch noch. Irgendein Medium und so werden wir zwar keine Chance mehr haben. Und was da sonst noch kommt, wohl auch nicht. Aber. 5 Minuten? Ja, so viel Zeit muss sein, ne? Kriegen wir hin. Es kommen ja nur 3 Medium-Panzer und ein leichter. Äh, ja. Los, geschützt. Hättest du ja wenigstens noch schießen können, vernünftig. Ist ja irgendwann, es kommt noch keine Einzige-Meldung. Oh mein Gott, wir haben verloren oder so. Es ist ja keiner mehr da, der etwas sagen könnte. Jo. Das war der zweite Versuch. Auf zum dritten. So, volle Konzentration. Konzentration. Halt. Lauf. So, Psycho läuft los. Medium. Medium läuft los. Was ist mit meiner Meinung aus los? Warum will der nicht? Der Kämpfer geht auch noch hier oben. Die nächsten Psychos gleich nach hier hin laufen. Wir sind schon unterwegs. So. Konzentration, Konzentration. So, ihr seid jetzt soweit. Das heißt, ihr erstmal den Panzer schnappen. Erstatte Meldung. Und ihr, äh. Ja, warum geht ihr über die Straße? Die spinnen doch alle. So. Wir haben einen Panzer, der kann hier oben aufpassen. Für die Leute, die auf diese Insel gehen. Die Psychos sind da her. Ja. Die Schützen gehen auch mit nach da. Während ihr alle nach hier geht. Anni, die Psychos müssen nach hier. So. So, damit haben die Psychos das hier schon mal geschafft. Dann kann der Panzer, der muss erstmal hier bleiben. Die Schützen hauen hier noch schnell einen rüber. So. Ihr kommt, äh, ne. Ihr müsst warten. Kommt nicht drauf an, wo der Medium hin will. Nach da. Okay. Ihr versucht es jetzt da. Wie sieht es hier aus? Panzer und Dingens. Und, ah. Alle nach hier. Psychos. Warte mal. Mit der Taste müssen die jetzt einzeln sein. Genau, über Entfernen kann man die einzeln anwählen. Man muss sich erstmal hier irgendwie zurechtfinden. So. Da ist nämlich das Problem jetzt. Jawohl. Rums. Und los geht's. Hier Scharfschützen. Und die Scharfschützen könnten vielleicht noch vom Rand treffen. Sie sind einfach überall. Lass das Krokodil, lass, Krokodil, lass meine Schützen bitte in Ruhe. So ist brav, so ist brav. Jetzt schnell von den Krokodilen abhauen. Der Medium ist noch gut, gut in Schuss. Das passt. Jetzt schnell nach oben. Und ich müsste eigentlich... Scheiße, wir kriegen jetzt überall erstmal Gammel-Einheiten, weil ich zu spät geschaltet habe. Wie hier. Abbruch. So, schneller, schneller, leichter Panzer. So, Krieger. Kann hier eigentlich auch noch hinlaufen. So, noch mehr Krieger, die auch keiner braucht. Abbruch. Schützen. Fahrzeug. Gut, Jeep ist in Ordnung. So, okay. Ja, schön für das Fahrzeug. Ich muss erstmal hier die Truppen einstellen. Kämpfer. Fahrzeug. Hier, noch ein Jeep. Kann auch... Au, scheiße, fand ich ja ein Medium-Panzer. Wir haben noch einen eigenen. Der macht das. So, diesmal aber. Ein leichter Panzer. Ich brauche die nicht. Keine Psychos. Kämpfer. Los, ihr Psychos. Aha. Los, komm, zieh durch. Mist, da ist ein Jeep. Ihr auf den Jeep. Ihr auf den Jeep. Den Jeep schaffen, wa? Nimm das ein. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. Ich hoffe, ihr schafft das von der Entfernung her. Lasst sie nicht durch. Lasst sie nicht durch. Lasst sie nicht durch. Wir... Ah. Wer schreit da? Okay. Einnehmen. Hier sieht es auch gut aus. Hier sieht es gut aus. Gut, 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 gut. Da sieht es noch besser aus. Ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Habt ihr die hier ausgeschaltet? Ja, okay, gut. Jawohl, wir marschieren. Na, wer ist denn das jetzt hier? Krieger. So. Kein Problem, noch ein Jeep. Abbrechen. Leichter Panzer. Los, komm, schon. So ist gut. Nehmt den Jeep wieder ein. Ihr sollt ihn wieder einnehmen. Ach, das... Scheiße, da hinten sind Schützen. Boah, Alter. Lasst mich hier nicht verzweifeln. Nehmt das ein. Ich krieg hier voll den Tattrigen. Okay, ihr könnt bleiben. Hier oben kommen Krieger. Noch mehr Krieger. Scheiß auf die Krieger. Fahrzeug. Leichter Panzer ist gut. Leichter Panzer ist gut. Kann auch bleiben. Oh, was ist denn hier los? Noch mehr Kämpfer. Gut, 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 gut. Wir brauchen da oben eine Defensive. Noch ein Panzer. Mehr Defensive, mehr Defensive, mehr Defensive. Wer schreit denn da schon wieder? Wer schreit da? Warum schreist du? Schreist du deswegen? Nein? Okay, gut. Kämpfer. Kämpfer sind gut. Ist ja noch ein zweiter Kämpfer zwischen? Nein? Okay, gut, 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 gut. Personelle Übermacht jetzt für hier oben. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft sogar sehr gut. Noch ein leichter Panzer. Der leichte Panzer müsste jetzt hier oben nochmal zur Defensive. Was haben wir hier? Schützen, ein Traum. Und so, also jetzt bin ich positiv optimistisch. Was das hier alles angeht. Ähm, Moment. Entfernen. Wir haben hier doch eine Werkstatt. Nein, nicht drauf schießen. Reparieren bitte. Um das jetzt mal zu zeigen. Ich glaube, ich habe jetzt noch keine Werkstatt genutzt. Wir kriegen hier Gegner. So. Worauf wir noch warten? Auf, äh, ja, auf gute Laune. Nein, darauf, dass wir hier mal durchkommen. Okay, das wird klappen. Hier ein leichter Panzer ist ein Traum. Können wir schon mal auf Medium gehen? Wir haben jetzt hier eine sehr gute Defensive. Alles, was hier aus dem Hauptquartier kommt, können wir zurückschlagen. Da kommt nochmal ein Panzer. Geschütz? Ihr mich auch. Gatling, du mich. Das ist doch, braucht doch keiner. Ja, schützen. Okay. Roboter. Noch mehr Kämpfer. Ja. Ja, ich würde, ich gebe denen gleich den Rest. Keine Sorge, ich bin hier gerade am, äh, rumdoktoren. Schade. Fahrzeug hergestellt. Nochmal. Wer schreit denn jetzt schon wieder um Hilfe? Hier kann keiner um Hilfe schreien. Wir sind unglaublich mächtig und unzerstörbar. So. Hier Einzelkämpfer. Gleich hierhin weiter. Das klappt. Ist hier ein Geschütz in der Nähe? Nein? Gut. So, jetzt Feierabend. Wir haben eine große Offensivarmee schon aufgestellt. Ende und aus. Erstatte Meldung. Kein Problem. Ihr Scharfschützen. Genau, noch ein paar Schützen dazu. Ist hier schon irgendwie ein Fahrzeug raus? Ja, okay. Abbrechen. Schwere Panzer. Äh, 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 äh. Ich glaub, hier oben müssen wir halt auch mal gucken, was die hier eigentlich produzierende Gid legen. Ja, nee. Oh, noch ein schwerer. Roboter hergestellt. Erstatte Meldung. Noch mehr Kämpfer. Ja, ich warte jetzt nicht mal lange. Ich möchte dieses... Die haben hier ein Geschütz gebaut. Erstatte Pumps. Wir sind schon unterwegs. Ja, ihr könnt das einnehmen. Was macht der Panzer hier unten? Der ist wieder heile. Ein Traum. So. Auch nochmal hier erstmal sammeln und der wilde Pöbel geht jetzt in den Angriff. Ja, bin ich bei. Bin ich bei. Keine Sorge. Das wird klappen. Die Haubitze hat keine Chance. Positiv denken. Was es bringt, wenn man so zwei Fehlversuche hat. Man lernt halt aus Fehlern, ne? Kennt man ja. Im gesamten Leben ist das so. Aus Fehlern lernt man. Und ja. Was möchte man mehr, außer dass jetzt alle wild zu Klum geschossen werden? Ähm. Jetzt schießt doch mal drauf. Ihr seid doch genug. Irgendeiner von euch wird doch mal nach Feuer eröffnen können. Die gehen alle drauf. Jetzt schießt doch. Danke. So. Auf den nächsten. Oh Gott. Unser Medium-Panzer sieht schon aus wie Sau. Der kommt doch niemals. Ah. Ja. Genau so musste das sein. So muss das laufen. Äh. Ja. Machen wir sie endlich fertig. Ja. Wir haben gerade kein Personal mehr in der Nähe. Jawohl. Ende und aus. Noch mehr Kämpfer. Wann kann die genug Kämpfer haben? Die rennen wie die Hafen. So. Jetzt aber. Jawohl. Zwei mittlere und zwei leichte Panzer werden, obwohl die letzte Hobbit sie ausgeschaltet kriegen. Krieger? Wer hat denn hier Krieger eingestellt? Pyros. Die kommen hoffentlich eh nicht mehr zum Einsatz. Hier kommt in 29 Sekunden was raus. Dann kommen sie schon. Halt. Das müssen wir erstmal in Empfang nehmen. Ne? So. Neuer Medium. Ist das Schwere schon da? Nein. Schade. Oh mein Gott. Was ist da rausgekommen? Nichts. Jetzt schieß da drauf oder fahrt da rein oder was auch immer hier los reinfahren. Machen sie auch nicht. Schießt. Schießen. Wo haben die denn noch eine... Ach, da hinten haben die ein Geschütz drauf stehen. Na, darauf warten wir jetzt nicht. Da fahren wir einfach rein und Feierabend. Also, geht doch. Hat ja lang genug gedauert. So. Ah, ein Traum. General. Ja, das ist doch mal wenigstens ein Krang, den ich verdient habe für diese glorreiche Leistung. Wo wir mal wieder mehr verloren haben, wie wir selber ausgeschaltet haben. Aber egal. Ähm, ja. Das war heiß und feucht und... Feucht und heiß? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Mission jetzt hieß. Äh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.